Strom, Automation und Telematik – die Berufe der Zukunft. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen Group eConnect zur Aufgabe gemacht, die Fachkompetenzen seiner Spezialisten durch Fort- und Weiterbildungen zu fördern. Das Unternehmen bietet verschiedene ergänzende Aktivitäten für die persönliche und berufliche Selbstverwirklichung seiner Mitarbeiter an. Ein erfolgreicher Wissenstransfer ist immer eine bereichernde Erfahrung. Sowohl für den Geber als auch für den Empfänger. Group eConnect SA – spannende Berufe mit Zukunft in den Bereichen Strom, Automation und Telematik.